Was geht ab, liebe Kampfsportfreundinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMA. Bei der UFC 279 ist was krasses passiert, ihr habt es mitbekommen, Johnny Walker wurde nach seinem Submission-Sieg gegen Ion Q. Talaba einfach auf die Straße gesetzt, direkt nach der UFC-Veranstaltung. Und jetzt hat er darauf reagiert, in einem Interview wirklich mal Revue passieren lassen, was da eigentlich passiert ist, denn viele von euch haben gefragt, hey, was ging da eigentlich ab? Und jetzt haben wir endlich die Antworten von Johnny Walker selbst in einem Interview bekommen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, weil 66% von euch dies noch nicht getan haben. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NoTime, mindestens 20%, heute auf Vitalstoffe sparen. Jetzt teilten Johnny Walker und der Ex-Coach oder immer noch Coach von Conor McGregor, John Kavanagh, ihre Geschichten darüber, was genau passiert ist. Keiner von beiden scheint sich besonders über die Situation aufzuregen, obwohl die Kommentare bei euch ja ganz klar gezeigt haben, dass es ein Skandal ist und einfach unprofessionell ist, seitens der UFC, wenn das wirklich halt genauso passiert ist. Er sagte, also Johnny Walker im Interview bei Helen Yee Sports, Ich hatte keine Zeit, mich anzuziehen. Es ging alles so verdammt schnell. Ich habe nicht mal geduscht, sagte er. Ich war nach dem Sieg sehr aufgeregt. Dann ging ich direkt zum Arzt und stellte fest, dass mein Fuß ein wenig weh tat. Und dann habe ich angefangen, Interviews zu geben und Fotos zu machen. Dann sah ich draußen das große Zelt mit all den Medien. Ich ging hin und gab ein paar Interviews. Und dann folgte ich einer UFC-Mitarbeiterin. Sie hat mich ein bisschen rumgeführt. Sie hat mich an die Stellen gebracht, dass ich da wirklich auch die Interviews führe mit den gewissen Reportern von den gewissen Kanälen oder Nachrichtenseiten und so weiter und so fort. Und ich sagte zu ihr, okay. Dann ging ich zurück in die Arena, einfach um zu schauen, ob meine Verlobte dort drin ist. Ich wollte reingehen. Danach hat sie mich gestoppt. Sie hat mich an die Brust gepackt. Und sie sagte nein. Ich fragte, warum darf ich nicht mehr rein in die Arena? Sie versuchte, mit jemandem zu sprechen, um zu sehen, was los ist. Aber die sagten dann zu ihr, ich bräuchte Tickets, um in die Arena zu kommen. Obwohl ich gerade bei der Main Card den Fight gegen Ian Kirtelaba gekämpft und sogar gefinisht habe. Jetzt wollen die mir erzählen, dass ich ein Ticket brauche, dass ich kein Ticket habe, um zurück in die Arena reinzukommen. Auch Chris Barnett sollte im Krankenhaus liegen und er bat darum, dass ihn jemand mitnimmt, sagte Walker mit einem Lachen. Irgendein UFC-Fighter, also Chris Barnett, war einfach wie ich auf der Straße und sagte, er fühlt sich nicht sicher. Kann ihn jemand mitnehmen? Das kann man auf Instagram sehen. Er wurde einfach vergessen im Krankenhaus von UFC-Mitarbeitern. Also es war echt ein Scandi, was da abgegangen ist bei diesem Event. Er musste Tickets bezahlen, um dann nochmal in die Arena zu kommen, was er natürlich nicht gemacht hat. So, um seine Verlobte drin abzuholen und etc. Und ein anderer UFC-Fighter, der einen harten TKO-Sieg gegen seinen Gegner errungen hatte und ihn aus dem Ring geworfen hatte, wurde letztendlich trotzdem, weil er ja durchgecheckt werden musste, einfach so im Krankenhaus nicht mehr abgeholt von UFC-Mitarbeitern. Krass, was da passiert ist, Freunde. Was hängt über das Ganze? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTimeMMA. Bis zum nächsten Mal.